Hast du gerade die Waffe auf mich gerichtet? Nein, ich schwöre, habe ich nicht, habe ich nicht. Habe ich nicht. Boah, du bist so ein Bastard. So, dann holen wir mal einen großen rein. Ich rufe ihn einfach mal an. Schauen wir, ob das alles klappt hier. So. Ah, da ist er ja. Boah, wie schnell hast du abgenommen? Ich habe in den letzten vier Monaten zwölf Kilo abgenommen. Nein, das Telefon, meine ich. Ist mir schon klar. Warte, ich muss mir kurz ein Auto holen. Gib mir dein Auto. Oh, der ist, oh fuck, der ist glaube ich blind. Ich habe mich gerade mit einem Blinden angelegt. Das heißt, du hast gerade GTA einfach einen blinden Menschen verprügelt. Aber nicht absichtlich. Wie kann man denn jemanden aus Versehen verprügeln? Wenn man ihn anschubst und so. Ja, aber warum tut man das denn? Wie gesagt, das war keine Absicht. Boah, das fängt ja schon richtig anstrengend mit dir an, weißt du? Ich spiele gleich wieder alleine. Ey, kannst du nicht ein Gespräch anfangen mit der Info, dass du einen Blinden verprügelt hast und dann von mir erwarten, dass ich sage so, ach, okay. Doch, das erwarte ich von einem guten Freund. Loyalität nennt man das. Ja, wer hat denn gesagt, dass wir gute Freunde sind? Was, im Spiel? Oh, der Wasser will mich abkleiden. Bist du Stress? Ich ficke dich. Ich habe keine Munition. Oh mein Gott. Allein, hilf mir. Ich komme. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs, Bruder. Ich bin unterwegs. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ich brauche Munition. Wir gehen gleich einkaufen für dich. Der will kämpfen, der will stressen. Mach schnell. Ich bin gleich da. Warte. Mach, ich kann. Ich bin müde. Du bist müde? Du trainierst andauernd. Gib Gas. Ja. Vielleicht, vielleicht. Ich habe nicht mal eine. Will der kämpfen? Hau ab. Warte, keine Sorge. Was hast du denn? Ich bin der seine gegeben und dann ist der tot umgefallen. Ist ja einfach so wie, wie so Säcken an einem kleben. Das ist unglaublich. Boah, es sind ganz viele Leute da. Hab ich Speck am Arsch? Boah, super Idee, Kavusi. Sie fahr direkt ins Bienenmest rein. Nein, jetzt kannst du mir noch mal vielfach machen. So, komm mit her, komm mit her. Ich komme mit her, ich komme mit her. Nein, komm mit her. Die ganzen Bullen sind hier. Komm auf gar keinem mal hier. Ich komme mit her. Nein, nein, nein. Boah, wie viele Bullen sind denn hier? Bist du das hinter mir? Ja, das bin ich. Ich spring jetzt raus. Nein. Steig ein. Steig ein, Bruder. Ich komme hier, ich komme hier, ich komme hier. Steig ein. Schneller. Weißt du, was geil gewesen wäre? Wenn ich jetzt aus dem Auto rausgeworfen hätte. Was haben wir denn gemacht, dass die so durchdrehen? Ich habe einen Bullen aus, die sind rumgefahren. Ah, ja, aus Versehen. Und du fragst mich, warum ich einen Blinden angreife. Scheiße, warte. Ich habe das nicht gesehen. Fahren Sie ins Ghetto oder sind die guten Autos? Im Ghetto? Ich glaube, im reichen Gebiet sind die guten Autos. Auch ein Komiker, der keine Ahnung von Sarkasmus hat. Ist ja auch schön. Wer ist das? Das ist mein Moderator. Machst du Ärger, Junge? Machst du Ärger? Hä? Machst du Ärger? Ey, lauf mir nicht so frech entgegen. Ich schieße den Kopf. Alter, sag ihm, ich schieße ihm sonst in den Kopf. Alter, ich schwöre es dir. Ich zähle bis 400. Okay, geht weg. Alter, deine Mords sind echt nicht hörig. Die hören nur auf mich. Das ist wie mit dem Genie aus der Wunderlampe. Mhm. Was haben sie denn bei dir gerubelt, als der Genie rauskam? Er steht da. Was soll das? Er macht doch wenigstens irgendwas. Ich will ihn abknallen. Alter, darf ich ihn abknallen? Er zieht Waffe. Alter, er hat eine Waffe gezogen. Bitte, da kommt die Polizei. Nicht ihn abknallen. Jetzt bleiben die alle ruhig. Paisler bleibt ruhig. Der bleibt ruhig. Ihr steckt jetzt all die Waffen weg. Wer bist du denn? Du schon wieder. Ey, das war der mit dem Panzer. Die gucken nur, Paisler. Die gucken nur. Alles klar. Okay, bleib ruhig. Bleiben alle ruhig. Wir sind alle cool. Okay, alles klar. Ey, ich knall dich ab, Mann. Bleib ruhig. Ja, okay. Warnschuss. Wie kann ich jetzt hier, wie kann ich jetzt hier, wie kann ich hier, oh nein, sorry, 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 sorry. Warum hast du das getan? Nein, nicht. Hör doch auf. Jetzt musst du hier hinlaufen. Hey. 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 Hast du jetzt eine Mission oder nicht? Was war denn das? Was passiert, was passiert, Mann? Das war, da hat wieder jemand auf uns geschossen. Digga, da hat mich einfach, klar hat jemand gesnipet, Alter. Krass, Mann. Wo war das? Ich sehe nix. also die waffe auf mich gerichtet habe ich nicht habe ich nicht habe ich nicht so ein fast eine ganze familie kontakt wo bist du bist ganz runter gefallen nur die hälfte das muss weh getan hat man weiß halt was gut war du bist so du bist so das ist so schlimm was du gerade machst ja was gibt der typ hier ich schwöre es dir er hat dich gerade beleidigt wer der typ hier meinte dass felix lobrecht wie lustig ist das du der typ hier hat er gesagt er hat das gesagt hey bleib verstehen er ist gleich jetzt nur wahlschuss geben können Warum Warnschuss, Bruder? Wer sowas behauptet, der muss direkt abgeschneidt werden. Komm, steig ein.